Oh 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 meine Freunde, wir sind wieder mal in Lektra Stadt und wir wollen die Nebenquest Kloakenknast erledigen. Ich habe ein bisschen Bammel, weil hier tat mir das beim letzten Mal, wo ich hier rumgeratschelt bin, doch gar sehr weh. Und naja, ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Eine bessere Knifte haben wir. So schwach. Oh, Bamm. Ein bisschen besser. Ich frage mich, ob mein Messer in deinem Channel passt. Oh, hallo. Du bist da, Jäger und keine Beute. Auf die Füße mit dir. Ah, du bist zurückgekehrt. Das ist der Klampe. Ich schalte Kamerl aus. Schalt's dir! Gucken. Der Klampe, das ist das andere Ding. 84, das ist jetzt nicht unbedingt so brauche. Riss mal aus. Ja, ja. Ich würde auf jeden Fall schicken wir uns das halt. Wir wären stark genug! So, wo müssen wir denn hinher? Wir müssen da lang. Ich komme hier wohl nicht lang. Und da lang. Und darüber. Es ist Zeit zu kämpfen. Alle! Geht. Psycho! Jetzt! Weht uns auf! Das Messeln beginnt! Das Messeln beginnt! Ich bin älter als du denkst! Die Maps werden schon ganz schön knitschig! Also die Sniper können wir weg tun! Ich hab keine Korrosionsstrahlung! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Junge, 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 Junge! Ich wollte noch das Leben weiter füllen! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Achso! Ja! Ich muss ja auch die Dings wieder ausrüsten! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Das war eine gute Jagd! Ich bin älter als du denkst! Ich bin älter als du denkst! Was soll's? Schnapp dir eine Dose und komm her. Du musst das Gebäude verwüsten. Verheilung! Meine Lungen sind voller Methan und alter Ratsch-Pisse. Das ist wie moderne Kunst hier drin. Also irgendwie nicht so schön. Hier werden wir's heim! Lass mich zum Haus aus! Eine Regionskasse zu drohen ist ein Klasse 2 vergehen. Wenn du mich nicht rauslässt, sterbe ich hier drin! Sterben in einer stadteigenen Faker-Kapsel ist ein Klasse 3 vergehen. Sie sind ausgebracht, Bürger. Notfallberuhigungs-Motokoll. Kurt! Kurt! Ach, Mann! Ich weiß auch, diese Hübspielchen! Bürger, dies ist ein Klasse 4 vergehen. Wenn ich zuvor geht, in meiner Klappe landet, sind sie verhaftet. Na, die bösen Bots lieben die Bestechung, gell? Das ist kein Wunder. Derzeit ist aufschneiden und den bösen Chip rausholen. Wenn hier aufs Klappe landet. Ah! 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 Gut! Und jetzt wieder zurück und rein mit der neuen KI in dieses Güllesilo! Ah! 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 Ach! Ah! Ah! Wo zur Hölle bin ich? Oh, Gott, verdammt! Ja, genau! Lass mich hier raus! Wir sind jetzt hier zusammen drin! Ich bezahle ein Scheißdreck! Und das war wörflich gemeint. Okay, Leute, schnappen wir uns die Täter. Wir haben Besuch. Schalten Sie aus, wir reden später. Die Verwesung steht dir. Hör mal, ab morgen, für uns, dein Kollege geht es in die Jenseitsstreifen. Die Klage haben wir, wir bringen davon. Mache ja, den Weg zu fallen. Respekt vor dem Dienst machen. Also, die Kämpfer haben wir eine Idee. Entsorgungsbots sind ganz unten in der Komitee auf Ausnahrungskette. Das sind Schwächliche. Die sind sofort da, wenn man Sauerei macht. Ein Fäkalbrunnen? Ein wunderbarer Tag! Und los geht's! Und los geht's! Schön, mach ich das! Ausgefegt! Hol dir den Schiff! Gut, und jetzt installieren. Hey, Boss, lass mich raus. Dann kannst du diesen Scheißhaufen mit deinen Kumpels sauber machen. Vielen Dank für ihr Vertrauen, Bürger. Doch damit kann ich nicht dienen. Ihre Exkremente entsprechen Bio-Gefahrstufe 27. Ich kann keine Kontaminierung riskieren. Lass mich raus! Alle Fäkerkapseln sind mit selbstständiger Steuerung ausgestattet. Ich hoffe, ich habe genug Methan, um zur Zentralabfallentsorgung zu kommen. Was ist los? Start in 3, 2, 1... Nein, 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 nein! Ich würde sagen, immer dem Gestank nach. Scheiße, ist das Chloric geflogen. Ich würde sagen, immer mehr Fäkpseln sind mit dem Gestank nach. Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Ich mache euch alle mit Tod. treten sich darum ja vor dahinten gucken wir uns doch mal um schon wieder klopfen im hals was denn da los machen ich habe dich vermisst junge richtung richtung gar nicht kann man auch den nimmer ja 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 du Gut, dann haben wir es wieder abgeschlafen. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen... Folge beendet! Und wir sehen uns bei der nächsten Shanta. Tschüss! Winkelwinkel!